Und damit herzlichen Willkommen zu Uncharted 3 und einem ja das war auch gut Du hattest die nicht, oder? Aber nein, eine Lüge, du wirst, ich bin ein Pirat, Jalapsche Kuh! Genau mein Freund, lach du nur. Ich habe Hunger! Klatt! Wir haben ihn auf jeden Fall irgendwie verwundet. Kapitel 15 will ertrinken oder schwimmen. Hier, nimm mal das. Den hat es aber auch sehr schnell geholt. Oh, warte mal. Ich werde ein bisschen beleuchtet, das ist nicht gut. Auf! Hör auf mit der Scheiße, du Arsch! Hör mal! Ist jetzt einmal gut! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Ja, klasse! Weil deine Happen-Männer da oben wieder... Ah, ich hasse so Leute! So. Hör mal! Hör mal den da! Hier, nimm mal den! Hör mal! Hör mal! Hör mal den da! Hör mal den da! So. Es ist halt gar nichts! So. Aber wir lassen sich gar nichts! Hör mal den da! Hör mal den da! Auf die So, du bist jetzt auch mal gut So, sonst haben wir deine Handfeuerwaffe Halt da, Verwalter Ui, 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 ui Äh, ja Ja, das frage ich mich wie Wir sind wahrscheinlich da oben lang Ich weiß es aber nicht, ich hoffe es Äh, ja Okay, dann hat sich das gerade erledigt Ich muss gerade gucken Scheinen gerade auch keine Gegner mehr zu haben So So Ja, da komme ich nicht hoch Shit Eiei Ich muss nur Ne, da wäre er auch Da wäre ich gerne rangegangen Aber irgendwie will das nicht Moment, ich muss sich Voll orientieren gerade Kriege ich da oben Kann ich da oben an den Fost Äh, an den Balken da oben Äh, nein Da oben hin, okay Da zeigt er uns gerade die Tipps an So, warte mal Gut Aua Ja, das war Denkbar die ungünstigste Idee Okay, weiter mal Scheiße Aua Ah Ah, zuck mir zum Scheißen Äh, ja Moment Der will hier lang irgendwo Müsste da raus Irgendwie Äh, ja Das war Ein bisschen zu lang Ich dachte wir kriegen es ohne Probleme hin Aber scheinbar nicht Gut Dann wissen wir zumindest Wo wir sie müssen Na komm So Ah Uff Uff Oh nein Oh nein Na komm Hoch mit dir, Nate Äh, ja Gut, dann warten wir das kurz eben ab Bis das Entschuldigung, okay War eine blöde War eine blöde Aussage Ich wollte gerade warten mal ab Bis das Wasser durchgelaufen ist Aber Ähm Ja Wenn das Schiff sinkt Da läuft nichts mehr Du, äh Du hört das nicht auf zu laufen Alter Wie auf der Titanic damals Kämpfen wir auch hier In Uncharted 3 Ums Überleben Moment Jawohl Äh Moment Ich hatte das Schiff auf der Seite zu liegen Einschätzchen Okay, ein Ring Aber das ist jetzt gerade egal Äh Böp, böp Moment Das war auch nur Zufall Dass ich hier reingehüft bin So Einmal die Tür auf Und dann hoffe ich, dass das jetzt alles so geht So Wir müssen jetzt irgendwie hier Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Wenn das mal gut geht Puh Hüi So, warte mal. Da ist er wieder hoch. Ach, wir sollen da runter oder was? Ne, sollen wir nicht. Okay. Doch nicht. Ach, wir sollen da runter oder was? So. So. Oh, oh. Komm. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hoffentlich hätte das Glas noch da hinten. Ich würde das nicht so einfach mal so... Ja, das hättest du eigentlich dir auch sparen können, solch einen Spruch. Ja, scheiße. Ist das dieser Saal, wo wir uns eigentlich eben... ...eben duelliert haben? Mit den Gegnern. Ne, halt die Backen. Ich dachte, wir können da jetzt irgendwie ohne Wohne ran springen, aber ich habe nicht. Naja, das weiß ich auch, dass wir da ran müssen, aber wie? Oh, oh. Ja, du... Ich weiß nicht, wo wir da ran müssen. Müssen wir auf der anderen Seite doch da ran? Nein. Hä? Wie bist du denn da hin? Wenn ich mich mit der Kamera drehen lassen würde. Ja, ja, klar geht das immer. So, die Frage ist, wo müssen wir da... Jawohl, also war es doch der richtige Plan. Oh, oh. Ne, pass auf! Oh, oh. Huh, ist das nochmal gerade so gut? Ja, schauen wir mal, sind wir hier tatsächlich? Also haben wir jetzt gleich wieder Waffen neu. Aber wieder... Ja, auf jeden Fall. Dusche wieder. Gleichfalls. Du Arsche. Eieieieieieieiei. Aber kurz runtergespült. Aber schau mal... Hä? Geht das nicht weiter? Müssen wir... Aber schau mal... Nee. Und gleich. Und das Arschloch! Und das Ding liegt auf dem Kopf. What the fuck? Zumindest sind wir ja Anführungszeichen sicher raus. Erstmal zum Schiff. Jetzt geht es weiter natürlich. Und wie es weitergeht, das verfahren wir in der nächsten Folge bei Uncharted 3. Für Schein und Humor an Land gespült worden zu sein. Aber wie geht die ganze Geschichte weiter? Naja, das erfahren wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Tschüss.